Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Darf es, selbst mal! Und zwar, das ist hier ein kleiner Zusammenschnitt aus meinem letzten FIFA-Live-Stream. Da waren ein paar lustige Szenen, also hab ich mir gedacht, schnell die Szenen, lad's hier bei euch ein Videobuch, damit ihr auch seht, was für geile Szenen ich im Stream hab. Schaut gerne bei meinem Twitch-Kanal, Marcel... Twitch-Kanal vorbei, ah ja, alles klar. Marcel Darf es und sagen bis dann, viel Spaß mit den Clips. Flüchen! Dankeschön! Weiß nicht warum, aber irgendwie bleibt mir das jetzt auf Englisch, diese ganzen Sachen hin. Wann halt ja nicht sagen warum, aber schon ist alles auf Englisch grad. Harry Maguire! Ah stimmt, das wollte ich hier machen, aber konnte nicht, stimmt, da war ja letztes was. Was ist das denn? Maximilian Bayer? Bayer? Irgendwie will ich auch Harry Maguire mithaben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Irgendwie will ich den haben, warum auch immer, dass er war. Es ist einfach Harry Maguire. Der spielt mit Haaland. Herrling, Herrling, Herr-H-H-H-H-H-Ling. Haaland, Haaland, besser als das Haaland. Selbst die Bayern haben Angst. Das ist so eine Parodie von... Weißt du, Moskau, Moskau gibt's eine Parodie. Ich bin bei gesunder, wenn ich dich grad nie so höre. Es ist Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst. Und so. Ich bin doch gar nicht einschließend, Haaland, Haaland, größer als das Saarland. Der will halt, der auch eine verdammte Riese ist. Komm. Groß! Jawoll! Jemi! Jawoll! Ring! Du hast ja schon wieder auf Weiter gedrückt. Völlig losgelöst. Von der Erse... ...he das Raumschiff... ...völlig losgelöst. Ja, aber schwerer los heißt, ich find das kacke an. Oh, ich find das nicht mehr. Was verrückt. Warte mal kurz, was ich zurück werde. Hä? Achso, der Scheiß... Ah! Oi, 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 oi. 5 Minuten. Ich muss mal kurz den Timer stellen. Ok. Äh, ich muss verkehrt rum, deswegen... Ja, ich muss verkehrt rumspielen. Timer Jetzt heißt es einfach nur verteidigen Jetzt heißt es einfach, das wird jetzt eine Abwehrschlacht Der fühlt sich jetzt wahrscheinlich auch so verarscht Danke für die Rezepte, ja es ist ein bisschen schwierig, wo man verkehrt rumspielen muss Dankeschön Ich würde sagen, jetzt lasst es mal runtergehen von der Zeit Weil es wächst, wenn wir ein bisschen spielen, lasst es runtergehen War ich Ja Ich war duschen Dummig vielleicht Ja Achso, scheiße, ich bin nicht gesto- Ja fast geht wieder Kurzer, kurzer Schock, Moment Ist nie was passiert Ich komme zu kurz Scheiße, ich bin nicht gemutet Vielleicht habe ich auch beim Stream Deck Muten gedrückt Hat nicht so gut funktioniert Ich denk mir so so Wollte er sind nicht bald stummen? Also Ich glaube, dass die Stimme ist und so Oh, scheiße, ich bin Das Dream Deck scheiße ein bisschen rein, sorry Oh, Alter Ich wollte eigentlich gar nicht grätschen Ich habe mich verdrückt Aber hey, ich habe eine rote Hey Hey, let's go Das ist Eine hezige Partie Das könnte wie der Darby Das könnte ein Endcenter wie der Darby sein Fairplay existiert nicht mehr Fairplay Wir haben Fairplay abgeschafft Was sagst du beim letzten Thumbnail mit Mit dem PH Crazy, crazy, crazy Aber, du musst sagen, auf dem Trick-Talk Schaut es halt wirklich so aus Ja, habe ich mir auch gedacht Digga, das ist ja halt echt so Bevor Bevor ich dir geschrieben habe, habe ich es mir angeschaut Das Das dachte ich mir so, ich dachte mir am Anfang so Ne, das steht jetzt auch in dieser Seite Ne Sonny Minja Minja Ich wollte sagen, wir reden nicht mal hin, dass wir sie umgrätschen Das ist einfach alles, was wir machen Einmal weg mit dem Das könnte jetzt so ein riesiges Video da sein So eine Randale Alle gegen ihn Alles gegen ihn Mob im Kreis Bald traut sich keinem Der wird schon drei Mal umgerätscht Bald traut sich keinem, warum den Ball anzunehmen Mit Verletzungsangst Nein Äh Ja Nix gelb Das ist glattruh Der ist dead Immer noch Ich glaube noch 5 oder 6 Der ist dead Der lebt nicht mehr Mit Der ist schön unter den Untoten Digga, wir haben... Einmal Ähm M Unser Thormann und der Ma Unser Mittelfeldspieler hat noch keine rote Karte Eine gelbe oder rote Karte Sonst haben alle gelb und eine roze besucht Unser Thormann und Mittelfeldspieler Bist du schon auf dem Platz geflogen? Bist du schon auf dem Platz geflogen? Ja, bin ich Naja Achso, deswegen bist du nicht mehr da Ich hab mich ausgeregt Ich hab mich ausgeregt Hä, wo bist du bitte? Ja, ne, ich hab die rote bekommen, deswegen Ich hab versucht, Mord begangen Lebenslang Fast, Mission erfüllt Oh Mann Jetzt wird... Jetzt wird... Jetzt wird... Jetzt ist nur eine rote Und eine gelbe Ah ZIG Jaaaa 3.0 Uhr Stimmt Da gibt's Was? Das macht der Daphs Mach, äh Wilko Keine Ahne wie wir den letzten Aush... Danke fürs Anschauen Das Canon Best Of Ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video Und wir sagen Danke fürs Anschauen Bis dann oder Ciao, ciao!